Ist das jetzt los oder fest? Jetzt fest, jetzt sollte fest sein. Boah Leute das ist so schwarz, das sieht aus wie Dieselmotorenöl. Das ist ja der Oberhammer. Wie lange steht das Auto jetzt? Vier, fünf Jahre? Guten Tag meine Freunde und willkommen zu einem neuen Video von mir zu unserem C216 CL500 Brabus. Unsere Standleiche, die wir im letzten Video mal aufgeruckelt haben und weitermachen wollten. Wir haben aktuell immer noch dieses ABC Problem. Dafür habe ich jetzt ein paar Teile die Tage bestellt. Die brauchen wir noch ein paar Tage bis sie ankommen. Ich habe sogar noch ein paar mehr Teile bestellt, teilweise original bei Mercedes-Benz. Das Auto hatte tatsächlich immer noch das Problem mit der hinteren Feststellbremse bzw. mit dem Aktuator da hinten und ich habe den die Tage frisch gemacht und dann kam immer wieder was Neues, immer wieder was Neues. Und damit ich jetzt für euch morgen am Sonntag ein schönes Video habe, habe ich euch die ganzen Szenen jetzt zusammengepackt, wie wir uns um die hintere Feststellbremse bzw. dann weiter die hintere Bremse etc. kümmern. Das hier in diesem Video und dann geht es in ein paar Tagen weiter mit dem Auto ABC Fehlersuche. Richtig Vollgas, richtig ABC Öl spritzt hier durch die Gegend. Darauf könnt ihr euch jetzt schon mal freuen. Gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Liked das Video gerne jetzt schon mal für den Support, weil ich bin an diesem Auto brutal am verzweifeln. Deswegen brauche ich unbedingt euren Support. Einmal jetzt Gas geben hier und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Wir kümmern uns jetzt um die defekte Feststellbremse. So, was ist kaputt an der Feststellbremse? Er meldet ja so erstmal keine Fehlermeldung. Aber wenn man sie jetzt betätigt, dann kommen hier Park Braking, Sea Owners Manual, es blinkt rot, es leuchtet gelb. Und wenn man jetzt den Fehlerspeicher auslesen würde, würde kommen, dass der Akkumulator nicht funktioniert. Leute, ich habe einen großen Fehler gemacht und direkt einfach mal losgelegt und Gas gegeben. Ich habe die Fachbegriffe wieder durcheinander geschmissen. Ich meine natürlich nicht Akkumulator, sondern Aktuator. Zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist eine Batterie, das andere ist ein, was eine Bewegung erzeugt. Ich habe aber, ne, losgelegt, Gas gegeben und die ganze Zeit Akkumulator gesagt und im Videoschnitt Akkumulator macht gar keinen Sinn. Aktuator heißt es. Ich werde das jetzt im ganzen Video noch in dieser Szene, wo es hier um diese ganze Hinterradbremse geht, die ganze Zeit die Fachbegriffe vertauschen. Bitte verzeiht mir das. Und ganz wichtig, differenziert die Begriffe Akkumulator und Aktuator. Öfters bei 221er und 216er habe ich schon gehabt, dass er dann auch ganz laute, dolle Geräusche macht. Diese Zahnräder aneinandergreifen. Das ist hier nicht der Fall. Alles andere passt aber so. Die Handbremsseile. Und im Fehlerspeicher ist auch abgelegt, dass der Akkumulator einfach nicht arbeitet. Deswegen tauschen wir heute. Und so sieht der ganze Kollege aus. Das ist halt einfach elektrische Feststellbremse. Das, was man ziehen würde, drückt man nur auf Knopf und hier ist eben der Akkumulator drin, der Motor drin, der dann hier jeweils diese Handbremseile, die links und rechts ans Rad gehen. Wo ist der andere? Und hier gehen dann jeweils die Handbremseile, die links und rechts ans Rad gehen. Dann zieht der ran. Shit. Genau. So sieht der ganze Spaß aus. Uff, wir hatten eine kleine Essenspause. Jetzt geht es weiter bei uns am CL komplett hochgefahren. Hier hinten steckt der ganze Frechdax. Hier ist eben die Betätigung und dann geht es hier nach links und nach rechts jeweils zur Feststellbremse. Ja, die funktioniert ja komplett gar nicht mehr. Und ein, zwei Kopfschmerzen gibt es noch. Zum Beispiel, ich habe gar keine Diagnose hier, um das jeweils anzulernen. Muss es angelernt werden, beziehungsweise eine Grundeinstellung gesetzt werden? Das weiß ich gar nicht. Ich baue den ganzen Spaß jetzt einfach mal aus und gucke, wie weit ich komme. Ich hoffe, das wird nicht allzu dolle Finger abbrechen, weil du hast hier genau die Auspuffanlage, du hast hier genau das Differenzial. Gucken wir mal einfach, wie weit wir kommen. Und was uns so erwartet hier. Auf der Reise. Und ich weiß auch gar nicht, wie das hier festgemacht ist, wie das festgemacht sein soll. Sag mir nicht, ich muss das Bremse dafür auseinanderbauen. Weil ich muss die Bremse ja natürlich einstellen, die Handbremse. Aber huuuh. Wer weiß, wie es geht. Ich gucke mal, wie weit ich komme. Oh Mann, ich habe das doofe Gefühl. Hätte man sich auch vorher informieren können. Ich muss die ganze Bremse auseinanderbauen, um das Seil rauszubekommen. Ich dachte, das kann ich von hier außen irgendwie so tück tück machen. Boah. Dann kann ich aber auch gleich die ganze Bremse neu bestellen, wenn ich ran muss, oder? Hammer hart, ey. So, jetzt ist genau das passiert, was ich nicht machen wollte, was ich nicht gedacht hätte. Ich musste links und rechts komplett die Bremse auseinandernehmen, um dann jeweils hier das Handbremseil am Start zu haben. Wenn ich die ganze Geschichte jetzt schon mache, mache ich natürlich auch die Bremse neu. Problem ist, heute ist Pfingstmontag, kann ich erst ab morgen dann alles holen. Kriegen wir aber dann aber morgen alles hin und fertig. Und jetzt kann ich jeweils den Aktuator halt ausbauen, weil diese beiden Kollegen halt weg sind. Wir gehen hier in diesen Spreizverschluss, hängen die sich ein. Und deswegen muss man einmal komplett Scheibe runternehmen und der hängt dann hier. Kann man hier auf der Seite nicht sehen, wegen dem Licht. Genau, und der hängt dann hier drinne und hier kommt das Seil durch. Jawohl, hat man sich natürlich wieder alles einfach vorgestellt, aber ist ein bisschen mehr Aufwand. Naja, kriegen wir aber alles hin. Weiter machen. So, und da ist er. Da saß er drinne in diesem Halter und hier ist er jetzt. Unser alter, dreckiger, kaputter, verstaubter Feststellbremsen-Akkumulator. Und hier der neue Bad Boy. Sieht doch auf jeden Fall so aus, als würde das Bauteil passen. Ja, sieht gut aus, oder? Das hier geht tatsächlich, ich habe es kaum fassen können. Das muss die Verriegelung für die Tankklappe sein. Der muss auch darüber laufen. Ich habe mich gewundert, das Kabel ging super lang hier über der Hinterachse lang und dann hier an dem Klipsen war er fest und geht da hinten hoch bis, ihr könnt sehen, bis zur Tankklappe. Und muss dann wohl zuständig sein für die Tankentriegelung, also für die Verschließung von der Tankklappe. Wenn man ja zuschließt, geht die Tankklappe auch nicht mehr auf. Und da ging der ran. So, ich knall jetzt mal den neuen rein und dann hole ich morgen früh brandneue Bremsscheiben, neue Belege. Und dann kann der ganze Spaß wieder zusammengebaut werden. Hier die Spreizverschlüsse. Wo ist er denn jetzt hier von der Seite? Der Kollege hier. Da hake ich jetzt auch gleich das Bremsseil wieder ein. Und dann kann ich die Federn hier wieder, die Feder hier wieder rein machen und die Feder hier wieder rein machen. Das alles soweit schon mal wieder zusammenbauen und dann kommen morgen nur die neuen Bremsscheiben drauf, neue Belege. Und dann schauen wir mal, ob ich den ganzen Spaß noch irgendwie einstellen muss, anlernen muss, Grundeinstellung setzen muss. Das finden wir dann morgen früh heraus. Aber ich bastel jetzt erstmal den neuen Feststellbremsen-Akkumulator rein und guck mal, wie ich mit dem Kabel irgendwie hier wieder über die Hinterachse hinkomme, Alter. So, hier erstmal diese langen Dinger. Die stöpseln. Jawohl. Da sitzt er übrigens schon mal wieder. Hier die Schraube ansetzen. Die Mutter ansetzen. Hier kann der Stecker auch schon mal wieder drauf. Zack. Und der Kollege. Und hier geht der jetzt da wieder rein in das Loch. Und kommt dann, ihr könnt es sehen, hier wieder raus. Da bewegt sich die Spitze. Zack. Da ist er jetzt dran. Zack. Zack. Und hier auf der Seite das Gleiche. Hier geht der jetzt rein. Zack. Sitz. Und hier ist die Leitung. Diese lange Leitung. Hier dann bis nach da oben wieder. Zur Tankklappe. Super. So, meine Lieben. Einfach mal der erste Test, um zu gucken, was passiert. Jugend forscht. Ich habe jetzt die Bremsscheiben wieder draufgepackt, um einmal zu testen. Jetzt kann ich drehen. Und ohne jetzt Handbremse oder was einzustellen, probiere ich jetzt mal, wie weit wir kommen. Hört sich schon mal gar nicht schlecht an, finde ich auch. Ich kann nicht mehr drehen. Ich habe jetzt kurz die alten Bremsscheiben draufgepackt, um einmal zu testen. Ist das jetzt los oder ist das fest? Jetzt fest. Jetzt sollte fest sein. Kommt jetzt auch mal. Aber jetzt drehen wir dran. Freu. Ein emotionales Auf und Ab, aber anscheinend, da wird die Nummer hier gerade gut. Also, kleine Probe. Funktioniert bis jetzt wohl anscheinend. Morgen Bremsscheibe, Belege und dann den ganzen Spaß wieder zusammenbaut. So, der nächste motivierte Morgen. Einmal hier Bremsbelege. Jawohl. Oh, wie geht das denn? Bremsbelege und Bremsscheiben geholt. Wow. Babys. So, die hatten wir ja nur zum Test wieder drauf gemacht hier. Ja. Kannst du nochmal Bremse machen, ist jetzt selbst auf YouTube nicht so interessant, wa? Ready, ready, steady, go. So, jetzt nochmal die Feststellbremse einstellen. Durch die Bremsscheibe sozusagen, durch das Radbolzenloch kann man die jetzt nochmal einstellen. Ich muss die auch nochmal machen. Und dann sind wir ready. Dann kann ich mich hier ran machen, die Bremsschläuche zu bestellen. Weil die müssen auch gemacht werden. Obwart. Und schon wieder ein neuer Tag. Die Tage vergehen hier schneller, als könntest du CL500 C216 Brabus Bodycats sagen. Echt, Tag später, Tag später, Tag später. Ich habe jetzt für diese geilen Bremsschläuche nochmal besorgt. Erinnert mich so ein bisschen an Haribo Gummibärchen, diese langen Streifen hier. Erinnert mich ein bisschen dran. Weil die ja hier porös waren, die wollen wir natürlich dann einmal frisch machen. Dazu muss dann natürlich das Bremssystem entlüftet werden. Deswegen nochmal neue Bremsflüssigkeit. Beziehungsweise spülen wir dann auch gleich das ganze System. Machen nochmal komplett neue Bremsflüssigkeit rein. Alles so ein bisschen zähe arbeiten, wo man jetzt ein bisschen durchziehen muss. Sich selber bei Laune halten muss. Aber die Tage vergehen so schnell. Und eigentlich müsste man viel mehr Videos hier aus dieser Nummer rausholen. Ich will jetzt aber eigentlich nur noch schnell fertig werden. Zum aktuellen Zeitraum habe ich immer noch dieses ABC Ventilblock Problem nicht gelöst. Müssen wir mal gucken, wie wir da weitermachen. Den heute Abend nochmal irgendwie auseinanderbasteln oder so. Aber wir tauschen jetzt erstmal hier die Bremsleitung. Sollte ja relativ einfach sein. Und dann vorne Bremsleitungsentlüftungsgerät auf dem Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter. Und dann geht es ab. Zwei neue Bremsleitungen. Und dann geht es ab. Abfahrt. Hoppala, es kommt schon. Boah, die Bremsflüssigkeit sieht aber auch schwarz aus da. Hoppala. Was ist denn hier? So, und drin mit dem neuen Ding. Zack. So, und da ist das neue Ding. Gibt da ein schönes, gutes Gefühl von Sicherheit. Sieht auch sehr gut aus. Und auch jetzt hier der Vorher-Nachher-Vergleich. Schönes, frisches Gummi. Und das hier ist ja wirklich schon porös an allen Ecken. Kostenpunkt, also ein Bremsschlauch. Kosten 10er. Also 20 insgesamt. Ihr habt ein schönes, sicheres Gefühl. Ich muss dir was zeigen. Eine Fake oder was? Weißt du, was das ist? Ein Coontouch. Eine Fake Coontouch. Das ist ein Golf 3, Mann. Da hat jemand aus dem Golf 3 einen Coontouch gebaut. Weißt du, was der Kosten... Das sieht ja auch komisch aus, ne? Na klar sieht ja komisch aus. 40 Mille soll der kosten. Das ist ein Golf 3, Digga. Das ist auf jeden Fall ein Geschäft. Das kann man skalieren, Alter. Der hat ein VR drin, 174 PS. Der kommt auf sowas. Wild. So, hinten rechts ist natürlich auch nochmal einen neuen Bremsschlauch reingeknallt. Und jetzt kann es angehen. Vorne mal die Räder runtergenommen. Und jetzt entlüften wir das System, beziehungsweise packen neue Bremsschlauch drauf. Das lohnt sich natürlich mal ordentlich. Das Ding hier ist ja einfach mal Pech schwarz. Gutes Zeichen. Die haben hier den ganzen Deik halt aufgenommen, ne? Oder so. Und hiermit geht es ab. So, das jetzt einmal an jedem Rad. Zieh doch mal rein, wie schwarz das ist. Hammer hart, ey. Kannst du sehen, wie hart er haben, wie sonst es kalt ist. Boah, Leute, das ist so schwarz. Das sieht aus wie Dieselmotorenöl, ey. Das ist ja der Oberhammer. Grün. Krass. Batterie 0%. Ja, irgendwie hat die Batterie. In dem geilen Werkzeugwagen hier ist irgendwie so ein Batterietester. Aber... Ein Bremsflüssigkeitstester. Aber der hatte irgendwie immer nie Batterie. Oder einmal habe ich das probiert, dann angelassen. Dann war die Batterie alle oder so. Robin ist ja hier der Profi. Er hat zu mir gesagt 250ml. Also ein Viertel von der Flasche pro Rad. Und als er gesehen hat, wie schwarz das ist, hat er gesagt, komm, mach mal. Ein Liter pro Achse. Also zwei Liter insgesamt. Also halbe Flasche. Komplett einmal durchlaufen lassen. Wie lange steht das Auto jetzt? Vier, fünf Jahre. Mit von Japan auktioniert. Vielleicht noch ein halbes Jahr Standzeit in Japan. Dann ein halbes Jahr, bis er hier drüben ist. Und drei, drei Jahre Stand da. Dann haben wir den gekauft. Jetzt wieder ein Jahr. Krasse Nummer. Wollen wir noch so kleine Batterien? Oben habe ich so einen Karton mit Batterien. Ich würde das mal interessieren, wie gut die Bremslosigkeit ist. Also richtig genau sagt das nicht. Aber der sagt hier halt. Ich glaube, das ist das Wasseranteil dann hier. Drei Prozent, vier Prozent. Und deswegen darf kein Wasser in der Bremse sein, Leon? Weil wenn du bremst, wird es ja heiß. Wenn du komprimierst und dann Wasser lässt sich, Wasser verdampft dann. Wird zur Luft. Fängt an zu kochen. Fängt an zu kochen. Und dann bremst du ins Leere. Ja, richtig. Und im größten, größten, wenn es richtig schlecht läuft, kann auch die Bremsleitung platzen. Weil der Druck muss ja irgendwo hin. Jawohl. Wenn es richtig schlecht läuft. Und deswegen mit dem Vollen? Alle zwei Jahre? Genau, alle zwei Jahre. Außer bei einem Neuwagen. Da erst nach drei Jahren. Und dann in zwei Jahren. Also wie der TÜV quasi. Richtig, genau. Wie der TÜV. Bremsflüssigkeit immer mit TÜV. Ich glaube, so Bremsflüssigkeit ist das, was am wenigst getauschte am Auto, oder? Wer tauscht alle zwei Jahre sein? Ich kenne keinen. Macker. Da wird ja so ein Innenraumfilter fast öfter getauscht wie Bremsflüssigkeit, oder? Ich würde sagen, ich glaube, Kraftstofffilter ist wirklich das, was am seltensten getauscht wird. Okay, okay. Also der Polo, da habe ich jetzt den Kraftstofffilter getauscht. Das war noch der erste, ne? Und der ist jetzt 10, 15 Jahre alt. Hammerhart. 15 Jahre war der da unten. Der sah auch aus wie, also der Benzin, was aus dem Kraftstofffilter kam, sah aus wie deine Bremsflüssigkeit da. Ja, halbe Flasche ist voll. Können wir mal zumachen. Nochmal hier vorne am Druckbehälter kurz nachtanken. Druck nachtanken. Der fällt hier nämlich relativ fix ab. Jawohl, müssen wir wieder hochdrücken. Geil, das läuft hier. Ja, das heft. Ja, das sieht man richtig. Hier unten richtig der Dreck. Hier oben schön, frisch in der Bremsflüssigkeit. Also Hinterachse ist das jetzt hier, ja? Genau, richtig, nur Hinterachse. Willst du mal den Kollegen hier reinhalten? Ja. Aber wenn du ihn oben reinhältst, dann kommt halt nur das Gute, oder? Gucken wir mal. Passt nicht. Nein? Nee. So, Robins Müsli-Schüssel. Die wird gleich sauber gemacht, dann gibt es schön Frühstück. Ja. Einmal umgefüllt, damit wir mit dem Tester hier reinkommen. Nein, das ist doch nicht noch okay. Hätte ich auch nicht gesagt. Der Tester muss irgendwie defekt sein. Also okay ist das auf gar keinen Fall. Okay, das kann nicht okay sein. Und jetzt... Sieht man, wie grün das hier ist? Ja, man sieht das sehr schön, wie grün. Es sieht aus wie grün. Bremsflüssigkeit muss gelb sein. Nee. Auch falsch. Was denn dann? Klar. Klar? Bremsflüssigkeit ist durchsichtig. Das, was hier rauskommt, ne? Ist klar, klar. Dort 4 SL6. Das ist glasklar. Ich hole mal ganz kurz... Einen anderen Welt. Einen anderen Welt. Schon wieder. Oh. Sag mal. Warum ist es nie gelb? Ich hab gedacht, die ist gelb. Achso, du hast Dort 4 geholt. Ja. Es gibt auch noch SL6. Das ist so für die neuen Dinger. Ich kenne, dass es dann Rennsportbremsflüssigkeit gibt. Die hält dann ein bisschen mehr Temperatur aus und so, ne? Ja. Das gibt es auch, ja. Aber die aktuellen Dinger, die ich immer hole. Aber sonst steht ja auch immer SL6 drauf. Dort 4 SL6. Hier steht nur Dort 4 drauf. Aber ist auch nicht so wild. Und jetzt passen wir hier mal rein. Ich würde mich jetzt mal interessieren, warum manche Bremsflüssigkeit so ist und manche so. Okay. Hier sagt er auf jeden Fall gut. Hier sagt er gar nichts, ne? Achso, ja 0% steht daneben, ne? Also, auf das Gerät würde ich nicht vertrauen. Aber ist auch sehr dickflüssig, habe ich irgendwie das Gefühl, ne? Also nicht so gut. Man sieht so einen schwarzen Schwall da drin. Hm, verrückt. Mich wundert es eher, dass die Bremsflüssigkeit jetzt wirklich gelb ist. Also ich kenne das von, früher war die auch gelb. Ja, vielleicht ist das ja noch die normale, die alte. Nicht unmöglich, ne? Aber gut. Dann knallen wir jetzt das da rein. Ja. Das ist alt, das sieht schlecht aus. Das ist neu, das sieht gut aus. Grüß dich. Weitermachen. Weitermachen. So, Leute. Und genau so soll das doch richtig geil, richtig schön wieder aussehen. Natürlich nicht mit deinen eigenen Pfoten anfassen hier. Glas klar, die Kiste. Ich habe gerade meine Gummihandschuhe ausgezogen. Jetzt habe ich es wieder hier an der Pfote. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Eine geile Nummer. Neue Bremsleitungen. Neue Bremsschläuche. Es sind keine Leitungen, es sind Schläuche. Ganz wichtig. Und neue Bremslösigkeit für unseren Pro 16er. Ja, meine allerliebsten Jutsen. Und da steht er wieder. Eine schöne kleine Probefahrt. Hat er bestanden. Hinten die Feststellbremse. Funktioniert wieder alles soweit. Ist ein wenig eingebremst. Ich habe euch jetzt hier den Anfang und das Ende von dem Video im Nachhinein nochmal fertig gemacht. Ich wollte erst kein komplettes Video daraus machen. Aber jetzt ist das doch so lange geworden und so viel passiert an dem Auto. Bremsflüssigkeit, Bremsschläuche, komplette Bremse hinten, Feststellbremse, Aktuator gemacht etc. Und morgen ist Sonntag. Morgen soll natürlich ein frisches Video für euch kommen. Ich warte gerade auf ein paar ABC-Teile. Und dann können wir da direkt weitermachen, weitere Tage. Ich habe heute noch ein komplett anderes witziges Video aufgenommen mit Mehmet von MTKs. Darauf könnt ihr euch jetzt freuen. Die nächste Woche supportet mal. Gebt mal eure Liebe raus. Ich bin hier richtig hart am Verzweifeln und am Zähne zusammenbeißen. Dieses Auto bringt mich wirklich komplett um den Verstand. Aber, aber, wenn wir jetzt mit den bestellten ABC-Teilen diesen Fehler, diesen ABC-Fehler hinbekommen sollten, wird das diesen Sommer noch ein richtiger Schmaus, Gaumenschmaus, ein Schmackofatz mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Also das motiviert mich, hier die Zähne zusammenzubeißen und weiterhin durchzuziehen. Supportet mich gerne dabei, indem ihr diesem Video hier ein Like gebt, einen kostenlosen Kommentar, ein kostenloses Kanalabonnement. Ihr könnt den Kanal abonnieren, um mich zu supporten. Vielen, vielen Dank. Geht da an jeden Einzelnen von euch raus, der schon mal abonnieren geklickt hat, der das Video hier liked. Liebe, liebe Grüße. Ohne euch wäre ich nix, Leute. Naja, ich mache euch das Video jetzt hier ganz schnell fertig. Nochmal rendern, Thumbnail machen etc., dass das morgen früh am Sonntag für euch zur Primetime online gehen kann. Ich wünsche mich extrem vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, meine Leute. Und wir sehen uns beim nächsten CL500-Video, wenn es ans ABC-System rangeht. Macht's gut, Leute. Und ciao, ciao. Ciao.